Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf dem Innovationsforum in Böbingen. Ich begrüße heute bei mir Herrn Clemens Jagon von der Firma Micronix. Herr Jagon, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns zu sprechen. Und Sie waren jetzt auch aktiv an dem Innovationsforum dabei mit einer Präsentation. Worum ging es da genau? Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag erstmal. Auf diesem Forum geht es ja speziell um den Bereich High-Mix. Im High-Mix-Bereich ist Micronix schon sehr lange einer der führenden Anbieter im Bereich Pick-and-Place. Heute haben wir den Jetprinter vorgestellt, weil wir erkannt haben, dass wir hier ein sehr innovatives Produkt haben, was durch das Jetprinten als Ersatz oder als Add-on für eine Stencil-Printer-Technologie einen entscheidenden Vorteil für den High-Mix-Bereich bietet. Und High-Mix ist natürlich sehr relevant auch für den deutschen Markt. Und es ist auch eine deutsche Veranstaltung mit sehr vielen Teilnehmern, die, so wie ich das mitbekommen habe, auch sehr interaktiv sind. Was ist da Ihre Erfahrung und was für Feedback haben Sie von den Teilnehmern erhalten? Ich bin zum einen begeistert über die Veranstaltung. Es ist sehr gut besucht. Es sind zum einen halt sehr viele der Mitwettbewerber auf dem Markt hier vertreten, aber auch sehr, sehr viele Kunden. Das ist eine sehr gute Veranstaltung, die sich hier auf dieses Thema High-Mix fokussiert hat. Interessant waren die vielen Gespräche. Interessant ist auch das Interesse an innovativen Produkten, wo wir natürlich genau mit unserer Jetprinting-Technologie reinpassen. Wir haben jetzt hier auch das Thema Jetprinting in Richtung Jet-Dispensing ausgeweitet, können also hier viele verschiedene neue Applikationen mit Klebern, mit Underfill, mit Silver-Epoxy bedienen. Das Interesse hier nachzufragen, hier mehr Kenntnisse aufzubauen, ist sehr, sehr groß gewesen. Was natürlich auch rechtfertigt, dass wir auf dieser Veranstaltung die Zeit und das Engagement auch einbringen, um mit den Kunden darüber zu sprechen. Sehr schön. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und weiterhin viel Erfolg auf der Veranstaltung. Ganz vielen Dank auch Ihnen. Danke.